Hier gibt es alles für die Fans zu kaufen. Ey, das ist was! Hunderte von Quadratmetern, nur mit Fansachen. Da kannst du dich voll einkleiden. Hier kriegst du alles, ne? Ja. Bis zum Raumschiff wahrscheinlich. Willst du ein bisschen Cosplay machen, Decker? Hast du Lust, dich mal einzukleiden als kleine japanische Prinzessin? Das wär was, aber ey, das möchte ich keinem zumuten.